Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben hier gerade abgekippt und der Juni ist mit dabei. Und heute ist so ein Dreck. Was fällt ihm ein? What are you doing? Upsi. Jetzt hat er sein Mikrofon abgerissen. Nein, weil ich habe oben ein Metall oder ein Eisen beim Racer Headset drüber, und wenn da was auffällt oder was, dann scheppert es. Ja, habe ich gehört. Ich habe gehört, dass die Lichter von dem Anhänger sehr, sehr schön sind. Ich habe gerade Winkert gegen die Maus gekommen, dass man nur die Lichter gesehen hat vom Anhänger. Ja. Ich habe gehört, wo deine Straßenseite ist, oder? Was passiert? Ich habe gehört. Einmal mit Profis arbeiten, weißt du? Sag dir Profi, der wo er auf meiner Seite war. Ich war rechtzeitig wieder auf meiner Seite. Ich kann mir aber nicht vertrauen. Wenn du mir reinfährst, bin ich schuld, somit. Bleib doch einfach auf deiner Seite und... Bleib jetzt, ey. Dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Hast du das wieder geschickt, wo ich da geschickt habe? Nö. Mache ich später. Okay. Ich war nicht so schnell. Die Ecke war nicht so schnell. Oh, fünf Minuten noch. Welche Folgen haben jetzt kommt schon? Drei. 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 Das ist jetzt die dritte oder vierte. Das ist jetzt die vierte. Okay. Noel, du musst noch einmal fahren. Du musst noch zweimal fahren, und du noch einmal. Ja. Hätte ich immer sein, dass nach der Fuhre dich hochfahren noch einmal fahren. Das weiß ich. Jetzt hätte ich jetzt pro Fuhre eine Minute Zeit. Und das ist sehr, sehr spottlich, habe ich gehört. Oh, lol. Minus 7000. Ja. Äh. 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 Jetzt heißt es auch, warum Minus 7000? Ist doch nicht. Die Rechnung stimmt zwar nicht ganz, weil laut dem, was da steht, uns hätten 8000 abziehen. Also 9000 müssen wir abgezogen werden müssen, und wir waren bei 100 Euro oder so. Hm. Wie lange brauchst du denn, du? Warum? Weil du jetzt erst hier bist. Ja. Ja. Okay, stimmt. Du bist mal wieder gegen dir das herren gefangen, gell? Ja. Weil man ja nicht mit Profis arbeiten kann hier. Der Fenton schlägt's hier rum, wie sonst noch was. Das ist jenseits von gutem Böse. So. Let's get skater over here. Ja. Das heißt, du musst nicht mehr fahren, das behalten wir alles. Hm. Lol. 9000, äh, lol. Ja, 9000 hat die Ernte gebracht. Na. Doch. Weil wir Minus 7000 waren. Bist du fer- So. Fertig. Du hast, du hast abschließend nicht da. Ne, hab ich auch noch nicht. Ja, deshalb wird's die da. Ja, ja. Ich hab... Ich hab... Die 9000 hat der ich erst im Anhänger noch hatte gebracht. Das hat jetzt noch 9000 gebracht. Achso. Das ist irgendwie lustig, dass jetzt der Anhänger von 70 auf 100 das voll gemacht hat. Sonst über 10% und jetzt war Einhänger auf einmal mehr als 30%. Aber... Lass mal so stehen, passt schon. Ich habe gehört, wir haben einen gut Weizen jetzt noch im Lager. 158.000 Beizen haben wir von dem Feld runter bekommen, was jetzt... ist. Ordentlich. Hast du unter dem Silo geschaut, wie viel da drin ist? Ne, ich hab was da... Weizen in der Sattgutproduktion drin gehabt. Das heißt, du kannst schlafen gehen. Und zwar genau sieben Stunden. Und zwar genau sieben Stunden. Das ist so ein Grund, wenn man ganz gut bleibt. Tja. Die gibt's jetzt auf der Schwarzing auch nicht mehr. Leider. Sieben Stunden? Ja. Du stehst bei mir einfach im Haus drin. Gut, jetzt bin ich unter dem Traktor. Jetzt bin ich wieder im Traktor. Passt. So, sind irgendwelche Felder erntereif geworden in der Nacht? Glauben nicht. Voll mit Unkraut auf jeden Fall. Du darfst Unkraut spritzen. Unkraut spritzen und Düngenfeld 2. Was ist Feld 2? Feld 2 und Feld 1. Also Unkraut spritzt du. Ich mach das Düngen. Zuerst komm ich uns mal hier in die Werkstatt, ey. 43.000 Meierpflanzung. Aber es wurde nichts abgezogen. Sehr mysteriös. Muss schon. Hab ich auch gehört. Jetzt wurde was aufgezogen. Äh. Oh, wir nehmen einfach schon Pflegebereignung drauf. Kommt die Kommune für ganzen 0 Euro. Dann schau ich mir einfach hier einen Frontlader als Gewicht. Wer hat die Spritze bitte so eingestellt? Ich hab die Spritze reingestellt. Ich hab doch gesagt, ich hab die Spritze reingestellt. Ja. Ja. Gefällt's dir nicht. Hast du ein Problem damit oder was? Ja. Ah. Halt's dir einfach mit seinem scheiß Frachtlösch. Ja. Ich fau mir ein Frontgewicht. Mann. Mann. Altyね. Ja, ähm. g Kann... So vorne ist die Schaufel voll mit Düngern, damit wir so richtig Gewicht haben. Fangen wir mit vollem Gewicht aufs Feld Düngern, äh fängst du Feld 2 dann an bitte. Ja. So, die erste Zähne. Wie viel was hast du jetzt gekauft? 2? 2. Schau, ob das reicht. Sicherlich nicht. Nein. Als ob der Traktor kein GPS hat. Hm. Alter. Ja. Ja, nein. So ist das Leben als Armabauer. Ja. Magst du nochmal 15.000 Kredit aufnehmen bitte? Ich muss nochmal ein GPS-Y einbauen. Danke schön. Bitte. Meine Güte, das hast du nie losgeschöpft hier. Konfigurieren. Hier, GPS ja. Ja. Kommt die Guguren. Tolle Scheiße. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020